Wir haben heute den wohl überforderndsten Shooter gespielt, und zwar Splitgate. Basically ist es einfach nur ein Shooter gemischt mit Portal. Wie gut wir letztendlich sind, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Da unten ist Raketenwerfer. Ich sehe halt keine Gegner, ist das Problem. Die laufen zu 5 drum und machen dich halt tot, wenn du so siehst. Junge, what the fuck? Oh. Oh, von hinten. Oh, wenn er ich hab nicht gerecht. Das ist ja schlecht. Oh. The fuck, alter. Versuch hier die Minimap zu rieven, aber die Schiffen halt so nix. So will ich, mein Kapitel hat keine Munition, ne? Und dann muss ich mir das mal beim Nachkampf schreien. Wie ein Klee gefügt, man. Nein, wie close. Ah, fast durch das Scheiß Portal gekommen. Was macht der denn? Darf ich dann was warten, bis der Gegner in die Klee kommt, ne? Was ist das für die Wolfe, die Dose zu bleiben, ne? Alle machen kill zum Wiede, ich nicht, lieber. Jo. Ah, Raketenmärfer, Digga. Er hat mich mit dem Raketenmärfer gekillt, ich hab ihn vorher gekillt. Tschüss. Leute, können wir bitte nicht dreimal sterben? Leute. Aber ein. Da oben stehen einfach tausend Stück. Eins, äh Gott, ein Kill, ein Kill. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Ja. Holy shit, war das close. Alter, Vater. Ach, das ist Pantheon, ne? Ich hab mir direkt die Raygun, Jungs. Wie gab's denn, du bist so krank im Portal, Digga? Kann man hier irgendwo pingeln? Kommt schon, hab einen. Mit der Bende, wie komm ich hin da hoch zu dir, wie komm ich hin da hoch? Wo bist du dann? Warte. Ja, genau da. Ja, das ist bei mir. Vergessen wir alles, bis heute zu mir schocken. Ja, okay. Wow. Junge, ich hab ja grad gar nicht getroffen. Eieieiei. Oh Gott, der eine hat... Genau, okay. Raygun in neun Sekunden. Was müssen wir machen denn? Die Runde läuft nicht so, wie das heißt. Hier geht's. Hier geht's. Zurück aufs Schlachtfeld. Ich war zu hoch. Was ist das denn, Digga? Wer denkt sich sowas denn aus? Ich hab die Schotty. Nein. Ach doch. Ich war grad ne halbe Stunde oben auf dem Turm drauf, hab geslimed. Ich mach keine Kills, wenn ich Portale gehe. Ich find da kann ja... Ich lauf die ganze Zeit rum. Ich bin keine Gegner. Ich bin keine Kills. Ich bin keine Kills. Wenn ich mich wieder nehme, ist das zu ernsthaft. Ficka. Was ist denn mit mir eigentlich falsch? Ich glaube, wir haben drei Kills noch. Yay! Ich habe ihn auch noch gekillt nach dem Ende. Oh, hier gibt es keine Minions. Den Kingslayer weggemacht. First Blood, wichtig. Ich laufe an da unten. Was für Loch, dich. Ha! So ein Ding ist das nämlich. Ich habe ihre eigene Taktik gegen die verwendet. Hallo, hallo, hallo. Ha! Geil, Junge. Oh! Was ist das für eine Waffe? Er hat einen Ice-Ballschläger. Da ist noch einer. Triple Kill. Cool. Cool, Bro. Wer? Hilfe! Ja, ich habe ihn gerade mit Teamlas zieht. Durch Portale zu killen ist actually witzig. Komm, einen Kill noch. Komm, mach den. Kick ihn. Schade. Du hast einen Hinsen noch gemacht. Kannst du dein Maul halten, bitte? Du Bolobo, mach dein Voice-Chat aus. Mach dein Voice-Chat aus, du Bolobo. Fick dich, mach dein Voice-Chat aus.